Ja, hallo meine Freunde, der ist Sonne, dass immer wieder weiter geht's mit eurem Reaction-Foto-Längen. Heute reagieren wir auf Hubi-Repeat. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, wir können das Lied repeaten. Die Psyche stellt sich quer, im Kopf zu viel Verkehr. Tränen meiner Seele tropfen langsam auf den Teer. Schon mein Leben lang allein, der Platz neben mir ist leer. Niemand hat ihn je bekommen und die Einsamkeit wird schwer. Ein bisschen Film im Netz, was kann da schwierig sein? Nur ein Tag in meiner Haut macht ihre F... Tja, einer der wahrsten Worte überhaupt. Es ist egal, wie weit man es irgendwo auf irgendeiner Plattform geschafft hat, karrieretechnisch geschafft hat. Die Seele, ne, die kann man damit nicht reparieren. Und wenn man, das habe ich bei einem YouTuber jetzt mal gesehen, dass er komplett down ist. Das hat er auch mal in seinen Real Talk so erzählt. Absolut eine große Reichweite. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Scheiße, das ist sowieso unangenehm. Absolut große Reichweite, aber bei ihm ist das Problem, er hat bis jetzt noch nicht so die wache Liebe gefunden. Und so ist sein Alltag komplett trist, ne. Man hat es halt auch bei Linken Park, bei den Backgroundsänger, bei den Hauptsänger gesehen. Egal, was man so im Leben erreicht, aber egal, wie viel Geld man verdient, es kann einfach die Liebe nicht zurückgeben. Es kann vor allen Dingen auch die Gesundheit nicht verbessern oder, ja, doch nicht verbessern. Und, ja, was ich auch gerade sehr interessant fand, sehr cool fand, ist es halt wirklich so, ne. Wenn man irgendwie erfolgreich im Leben ist, man wird immer Neide haben. Es kommen dann immer Leute, die euch schlecht reden wollen. Ich kann es damals bei Sport, ne. Ich habe mit Sport angefangen und es kamen so viele zu mir zu und haben gesagt, ey, aus dir wird nichts, ey, das sieht total scheiße aus. Und ich sah dann vor fünf Jahren aus wie sonst was, ne. Und es wird es immer geben. Und das Problem ist an der Sache, es sind immer die Leute, die auf ein Neidisch sind. Ne, die Leute, die auf ein Neidisch sind, sind die Leute, die das selber erreichen wollen, aber einfach so faul sind. Aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen und immer wieder ihr tristes Leben führen. Du wirst niemals von einem Menschen hören, der selber ganz oben steht. Du wirst du niemals von Menschen hören, ey, du schaffst das nicht. Solche Menschen geben die besten Tipps und von solchen Menschen sollte man auch Tipps annehmen. Man sollte niemals von einem Menschen einen Tipp annehmen, der ganz unten ist und der jeden Tag sein Bier trinkt und sagt, dir Tipps gibt, wie man von Alkohol wegkommt. Ist falsch. Soll man ihm tun. Pressen klein, 90 Stunden, Wochen, eine Leichtigkeit. Erzähl mir nicht, wie schwer dein krasses Studium sei. Der Antrieb, der bist du, mit dir fängt alles an. Und Menschen ohne Träume reich ich niemals meine Hand. Mein Freund hört mir gut zu, ich bin immer für dich da. Denn Träume ohne Hilfe werden viel zu selten wahr. Ich schreibe meine Emotionen hier auf diesen Beat. 23 Jahre lang war mein Herz noch nie verliebt. Ich habe alle Zweifel an mich selbst schon längst besiegt. Jeden Tag ans Limit gehen und danach repeat. Ich schreibe meine Emotionen hier auf diesen Beat. 23 Jahre lang war mein Herz noch nie verliebt. Ich habe alle Zweifel an mich selbst schon längst besiegt. Jeden Tag ans Limit gehen und danach repeat. Ich denke täglich nach. Wo führt mein Weg mich hin? Wieso opfer ich mein Leben? Und macht das alles Sinn? Ganz auf mich allein gesteckt. Boah, das ist auch so eine große Frage. Ich glaube, ab einem bestimmten Alter denkt man so drüber nach, so was lebt man? Das ist ja so eine große Frage. Gerade auch viele Religionen. Für die ist die Frage relativ einfach beantwortet. Für die Reproduktion. Ja, aber wenn man mal jetzt weitergeht. Klar, man bringt seine Blutlinie damit weiter und die Blutlinie stirbt nicht aus. Was hast du davon? Wenn du tot bist, bist du tot. Wir gehen mal davon aus, dass es für immer und ewig schwarz bleibt. Was hast du dann davon? Klar, deine Blutlinie geht weiter, aber so im Endeffekt, du hast nur darauf hingearbeitet. Und was hast du davon? Also ich glaube, man sollte aufhören, so große Ziele sich zu setzen. Man sollte aufhören zu sagen, man will Millionär werden oder sonst irgendwas. Man will 30.000 Kinder haben. Ich glaube, das Beste ist, und so habe ich mir das immer gesagt, das Beste ist, wenn man das Leben so lebt, wie man Bock drauf hat. Das Leben so lebt, wie als wäre jeder Tag der letzte Tag. Und nicht irgendwie, genauso wie, ich verstehe Leute, die fürs Rentenalter sparen. Die arbeiten gehen und jeden Monat einen Haufen Batzen Geld. Da kenne ich auch jemanden, der wirklich sein halbes Gehalt immer zurücksteckt. Vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Ich mache das nicht, einfach aus dem Grund, weil erstmal, ihr wisst gar nicht, ob ihr noch lebt. Es klingt hart, aber es ist so. Ihr könnt für euer Rentenalter alles zusammenlegen, aber könnt für euer Rentenalter versterben. Es ist leider so. So ist die bittere Realität. Und ihr habt bis zu eurem Rentenalter nicht gelebt. Also, er spart zwar extrem viel Geld, aber wenn man ihn mal fragt, hier hast du mal Bock auf Kino und so, nee, ich habe kein Geld. Also er hat zwar das Geld, aber er will das Geld nicht anreißen, weil er das Geld für seine Rente spart. Dann kommt man ja nur dazu, die Inflation, die Geldentwertung. Und dann sage ich mir lieber, ja und viele finden die Einstellung scheiße, aber das sage ich mir dann lieber, ey, ich gebe jetzt mein Geld aus, versuche jetzt mein Leben so geil wie möglich, sage ich jetzt mal, zu leben. Und jeden Tag so leben, wie als es vielleicht der Letzte ist. Anstatt irgendwie für irgendwas zu sparen, wo ich noch nicht mal weiß, ob ich da in der Zeit noch lebe. Das kann ja so schnell zu Ende gehen. Ist aber, wie ich schon gesagt habe, das ist halt ein Thema, glaube ich, darüber kann man sich streiten. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn dann Leute sagen, ey, ich spare für mein Rennen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn sich Leute das Ziel setzen, Reproduktion. Aber man sollte natürlich auch nie nur, weil man das als großes Ziel sieht, weil das die Gesellschaft einem vorgibt, sondern man soll natürlich auch die Kinder lieben. Man soll natürlich auch Bock auf Kinder haben. Und nie nur sagen, ey, einfach nur, dass meine Blutlinie weitergeht. Große Frage, darüber kann man, glaube ich, lange streiten. Oder bringt der Traum mich um? Einen Zwischenweg gibt's nicht. Ich gebe nicht klein bei. Denn 9 to 5 ist für mich moderne Sklaverei. Die Dämonen tief in mir sind mein selbst kreierter Fluch. Sie lassen mich nie ruhen, egal wie oft ich es versuch. Der Weg ist lang und das Ziel noch nicht in Sicht. Keiner weiß so recht, was das Leben ihm verspricht. Denn um das alles aufzubauen, gebe ich mein Leben. Gebe meine Freizeit. Du kannst alles nehmen. 24,7 Arbeit ist der Preis, den ich bezahle. Mein Leben hat keinen Sinn, wenn ich auf diesem Weg versage. Und jetzt... Ja, aber das nächste, wenn man mal überlegt, für was, für wem geht man arbeiten? Man geht für ein... Ich will jetzt nicht meine Firma da jetzt als Beispiel nehmen, aber da kann man viele Firmen als Beispiel nehmen. Man geht für einen Chef arbeiten, der einen vielleicht gar nicht kennt. Der vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, in einer Firma ist. Die großen Chefs, die lassen dann meistens das Kind in die Chefetage rein oder suchen sich dann noch einen anderen Chef, der dann die Firma leitet. Und der große Chef ist zu Hause. Dann bist du mal einmal krank, fliegst du von einer Firma. Ich hatte damals mal in einer Firma, da habe ich noch über die Zeitarbeit gearbeitet. Da hatte ich mal eine Firma, das war auch sehr traurig. Der hat 30, über 30 Jahre, über 30 Jahre glaube ich, ich will jetzt auch die Firma nie nennen, über 30 Jahre für die Firma gearbeitet. Und da bin ich gerade mal reingekommen, da war ich ungefähr so einen Monat da. Ich habe mich dann halt schon mit ihm so verstanden. Er war halt vor der Renne. Und er war halt sehr oft dann krank. Er hatte viele Probleme mit dem Körper. Hat auch nicht mal alles so schnell begriffen. Er hat halt ein bisschen länger gebraucht. Und wisst ihr, was die mit dem machen wollten? Die wollten den kicken. Obwohl er 30 beschissene Jahre, 30 beschissene Jahre alles für die Firma gegeben hat. Alles. Der war immer da, so wie ich das von anderen Leuten gehört habe. Der war so gut wie gar nicht krank. Wirklich nur in allergrößten Notfall. Und die wollten ihn kicken, weil er zu langsam war. Und da haben sich alle, das fand ich schön, da haben sich alle für ihn eingesetzt, dass er in einer Firma bleibt. Der ist dann irgendwann in eine Abteilung gekommen, wo er auch ein bisschen langsamer arbeiten konnte. Aber auch da sieht man, dass man einfach nur so ein Abfallprodukt ist. Man wird dann selbst, wenn man alles für die Firma opfert, man wird irgendwann, sobald du einen Fehler begehst, zum Beispiel zu oft krank bist oder sobald du zu langsam bist, wirst du weggehauen. Bist du weg. Wie Abfall. Das war auch die Frage, ne? Das ist der Hustler Lifestyle. Ich schreibe meine Emotionen hier auf diesen Beat. 23 Jahre lang war mein Herz noch nie verliebt. Ich habe alle Zweifel an mich selbst schon längst besiegt. Jeden Tag ans Limit gehen und danach repeat. Ich schreibe meine Emotionen hier auf diesen Beat. 23 Jahre lang war mein Herz noch nie verliebt. Ich habe alle Zweifel an mich selbst schon längst besiegt. Jeden Tag ans Limit gehen und danach repeat. Geiles Lied. Sehr, 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 sehr geiles Lied. Ich mag sowieso Web, äh, Web, Rap, genau. Ich mag sowieso Web, ähm, was an die Seele geht, ne? Was emotional ist, was viele Leute beschäftigt. Und es geht vielen Leuten, glaube ich, auch so. Es geht wirklich vielen Leuten so, ähm, gesellschaftlich genauso. Auch die Leute, die ganz oben sind, ähm, wenn du krank bist, wenn du Millionen auf dein Konto hast, interessiert das die Krankheit nie. Wenn du Millionen auf dein Konto hast, aber trotzdem kein schönes Leben hast, weil du vielleicht keine Partnerin oder keinen Partner in deinem Leben hast. Wenn, wenn dich viele Leute wegen deiner Art hassen und du alleine bist und du auch vielleicht keine Freunde hast. So, mit wem kannst du dann deine, deine Freunde teilen? Mit wem kannst du dann, äh, deine Liebe teilen? Und da, da gehen Menschen kaputt. Da gehen Menschen wirklich kaputt. Und ich sag's immer wieder, Geld. Klar, mit Geld kann man sich viel kaufen. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, ey, ähm, ich hätte kein Problem mit mehr Geld. Definitiv nie. Jeder Mensch, äh, würde sich freuen über mehrere, sag mal jetzt wortwörtlich hunderte Euro mehr auf dem Konto. Würde sich jeder Mensch drüber freuen, dass man sich da drüber auch keine Sorgen mehr machen muss, wenn man halt mal ne Reparatur hat. Ne Reparatur, die anfällt. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich ein stabiles Umfeld hab, dass ich eine tolle Freundin hab, dass ich, äh, wunderbare Arbeitskollegen hab, dass ich coole Freunde auf Arbeit auch kennengelernt hab, mit denen man mal privat was macht. Das, das, das kann mir Geld niemals geben. Das kann mir, das wird mir auch Geld niemals geben. Das kann mir auch kein Erfolg auf YouTube geben. Niemals. Ich würde das für nix und wieder nix eintauschen. Für nix und wieder nix. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich jetzt zwei Wochen keine Videos machen würde, hat das Gründe. Wenn ich jetzt zwei Wochen aufhören würde und meine Freundin wäre im Krankenhaus, ihr glaubt doch nicht, dass ich dann zwei Wochen hier Videos machen würde und drauf scheißen würde, dass meine Freundin vielleicht, äh, im Koma liegt. Ne, ich würde zwei Wochen zu meiner Freundin gehen und gucken, dass, dass es ihr besser geht. Weil, weil sowas kriegt man nicht mehr zurück. Und, ähm, wie schon gesagt, klar, jeder Mensch ist froh über ein bisschen Geld, aber ich glaube, das Wichtigste im Leben ist Liebe. Äh, dass man geliebt wird, dass man sein Leben mit tollen Menschen teilen kann. Und vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, ja, Sparen ist heutzutage wichtig. Und das Thema haben wir auch sehr oft auf der Arbeit. Wie schon gesagt, ich kenne ein paar, die sparen extrem. Und da kenne ich zum Beispiel auch jemand, der so ein bisschen meine Einstellung hat, der sagt, ey, warum sollte ich jetzt anfangen mit Sparen? Soll ich nur noch arbeiten gehen für meine Fixkosten? Soll ich mir gar nichts mehr leisten können? Soll ich jetzt wirklich für meine Rente arbeiten gehen? Wobei ich die vielleicht noch gar nicht, wobei ich die vielleicht gar nicht erreichen werde? Denn, muss ich ganz ehrlich sagen, dann scheiße ich lieber drauf. Dann schenke ich lieber meiner Freundin was. Oder wir gehen mal schön essen. Oder wir gehen mal ins Kino. Bevor ich jetzt anfänge und knausrig werde und sage, nee, wir machen nichts mehr. Wir bleiben nur noch zu Hause. Wir sperren uns hier nur noch zu Hause ein. Und es gibt heute nur noch Toastbrot, weil wir uns nichts anderes kaufen. Nee, ich scheiße drauf. Ich lebe mein Leben wirklich so, wie ich mein Leben gerne leben möchte. Und meine, so wie ich mein Leben gerade lebe, ich bin absolut zufrieden damit. Besser kann es gerade nicht laufen. Ey, Umschulung läuft. Tolle Freundin. Umzug steht für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Müssen wir halt gucken an. Und ich werde mich da auch nicht mal einkerkern lassen. Ich habe so viele Briefe jetzt bekommen. Ja, Strom wird teurer, das wird teurer, das wird teurer. Und immer wieder stand ja auch in jedem Brief, ja, sparen Sie bitte Geld. Fangen Sie bitte an, da Geld zu sparen. Ja, klar, ich kann für alles zurücklegen. Ich esse jetzt nur noch Sauerstoff. Ich wirklich, ich atme jetzt nur noch Sauerstoff. Mach eine Lichternährung. Nee, ich scheiße drauf. Irgendwie kriege ich das bezahlt, aber ich will halt auch mal leben. Ich will halt auch mal leben. Und das werden sich viele Menschen gar nicht bewusst. Und ich kann das, wie ich schon gesagt habe, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn da Menschen draußen sind, die sagen, nee, ich will lieber sparen. Ich will lieber meine Schulden dann bezahlen. Auf einmal. Ich habe jetzt, bin ich auch ehrlich zu euch, vor zwei Jahren hatte ich eine sehr hohe Stromrechnung. Die musste ich dann auch in Ratten bezahlen. Aber dann drei Monate ran und da waren sie weg. Aber ich habe keinen Bock, mein ganzes Geld zurückzulegen. Nee, da gehe ich lieber mit meinen Frauchen. Ich will das Leben genießen. Ich will das Leben genießen. Und leider heutzutage muss man ja alles mit Geld machen. Klar, man kann natürlich auch spazieren gehen, aber ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich bin ehrlich, ich gehe da lieber ins Kino. Ich gehe da lieber mal auf Reisen. Auch wenn das jetzt schon lange nicht mehr war. Aber dann gehe ich lieber auf Reisen oder fahre mal eine andere Stadt für ein, zwei Tage. Das war zum Beispiel jetzt vor kurzem. Weil ich will mich nicht einschränken lassen. Ich will mich einfach nicht einschränken lassen. Und da draußen die ganzen Leute kann ich einfach nur mitgeben. Egal wie viel ihr verdient, lasst niemals eure Liebsten aus den Augen. Liebe gibt euch niemanden zurück. Besser gesagt, Liebe kann man nicht kaufen. Gesundheit kann euch keiner zurückgeben. Also da könnt ihr noch so viele Millionen auf dem Konto haben. Aber versucht das Leben so zu leben, wie ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr halt nie pro Monat spart, dann ist es halt so. Das ist euer Lebensstil. Und das müssen auch die Leute dann akzeptieren. Sehr geiles Lied, definitiv. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich möchte bitte mehr davon. Ich möchte bitte mehr Lieder haben, die einfach gesellschaftliche Punkte anspricht. die emotional sind, die ehrlich sind, die den Leuten aus der Seele sprechen, vielen Leuten aus der Seele sprechen. Und ich habe keinen Bock auf den Rap mit Ich ficke, piep, also Entschuldigung, ja piep, genau, Wort gesagt und dann piep. Ich mache das und das mit deiner Schwester und dann noch deine Mutter und deine Opa. Das ist doch kein Rap, das ist doch keine Musik. Das will keiner hören, Mann. Das will jeder hören. Ich will Emotionen im Lied haben. Ich will, dass mich Musik berührt. Dass die Musik mich zum Grübeln bringt. Und nee, nee, hier, ne, hier. Ich nehme das und das und ich gehe mit denen jetzt in den Busch. Und ach, so ein Blödsinn. Ja, wenn es euch gefallen hat, unterstützt, unterstützt, unterstützt. Lasst getragene Unterhosen da, lasst Liebe da, lasst Watchtime da, lasst alles da, was ihr da lassen könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss. Bis zum Frühjahr rum. Tschüss. Vielen Dank.